Servus, Grüß Gott, hier ist der Erich Meidert von Mr. Water. Ich zeige euch heute im Detail noch mal die Schautafel, die ich habe zeichnen lassen aufgrund meiner ganzen jahrelangen Recherchen auf der Frage, ist unser Trinkwasser wirklich so gut, können wir dem bedienungslos folgen? Ich kann nur sagen, um Gottes Willen, nein. Warum? Ich beziehe mich aufs Umweltbundesamt, da sind registriert 269.000 Standorte mit Altlastenverdachtsflächen. In Österreich 69.000, in der Schweiz 38.000 Areale in einer Größe von 230 Quadratkilometern. Was jetzt am 20.08. war ein fantastischer Film, der hieß Tödliches Erbe in der ARD und da geht es um die Rüstungsaltlasten. Vor allem nach den beiden Weltkriegen wurden wahllos Chemiebomben, sämtliche Munitionen alle vergraben, vernichtet, versenkt in den Flüssen, in den Seen, wurden ganze Schiffe mit Chemiebomben versenkt oder gesprengt. Das ist alles noch drin. Also wir kommen zum ersten Punkt, da gehe ich rum. Also jetzt auf die Schnelle. Wir sollten nicht nur auf die Landwirtschaft schimpfen, wobei auch hier, und das weiß jeder, unglaublich viele Giftstoffe ausgebracht werden. Pflanzenschutzmittel, Pestizide etc. Also das ist ganz klar. Aber man muss natürlich auch auf die Industrie ein Auge werfen mit PFC. Also das ist ja momentan ganz aktuell. Dann PFOA in vielen Standorten. Wir haben vom Himmel oben auch das Thema Geoengineering von der Bundesrepublik. Wird sehr praktisch so gut verkauft, aber man kennt die Kontextstreifen am Himmel. Gehe ich nicht näher darauf ein. Aber wir haben weiter natürlich die Themen im Krankenhaus über Medikamenten, Röntgenkontrastmittel, die sie in jedem Abwasser noch finden. Die Krankenhäuser haben keine eigene Filteranlagen. Müsste unbedingt gemacht werden als zum Nachkontrollieren oder zum Filtern dieser ganzen Medikamentenrückstände, Hormone. Früher ist es ja Nahrung, soll deine Medizin sein. Aber jetzt ist ja Medizin deine Nahrung geworden. Nochmal hier der kleine Blick auf das Thema natürlich Gülle und was hier natürlich ganz brutal ist und das ist wirklich brutal, dass natürlich der Klärschlamm, der in den Kläranlagen aufgefangen wird, also ein Teil von den Kläranlagen wird ja ins Abwasser, in die Flüsse und Seen eingeleitet direkt und der Klärschlamm, der wirklich alles noch auffängt, Mikroplastik etc., das wird dann wieder auf dem Feld ausgebracht. Also es ist leider ein tragischer Kreislauf. Natürlich Feinstaub, Reifenabtrieb, das wollen wir jetzt einmal ein bisschen übergehen. Aber wir kennen alle das Thema der Wasserzuleitungen. Über 100 Jahre alte Wasserrohrbrüche können Sie jeden Tag in Deutschland finden. Genauso natürlich jetzt beim persönlichen Bedarf in der Hausapotheke, Shampoos. Wir haben allein 630.000 Tonnen Pflege, Körperpflegemittel. Wir haben das Thema Mikroplastik natürlich. Wir haben die Antibabypille seit vielen Jahren. Wir haben das ganze Thema Spülen, Waschen, Reinigen. Das nennt man unter dem Oberbegriff Siedlungsabwasser. Dann natürlich Zenside. Und das Hauptthema, das wir seit 170 Jahren haben, nicht abgedichtete Mülltoponien, verfüllte Kiesgruben mit Abfällen aller Art und aller Unart. Gut zu finden in Nürnberg zum Beispiel das Reichstagsgelände, der Silbersee, der 20 Jahre mit allen möglichen Mitteln verfüllt wurde. Natürlich auch mit Giftstoffen. Gut, damals gab es halt einfach das Umweltbewusstsein nicht. Ja, hier haben wir natürlich auch, wo ich ein bisschen sage, Mineralwässer bohren ja auch ein Loch. Und sie werden ja nur auf 16 Stoffe getestet. Und deshalb sage ich jetzt auch wieder nicht mehr dazu. Dazu später mehr. Ich will es nicht zu lang machen. Aber Hauptthema natürlich unserer Wasserqualität ist natürlich Altlasten, die in Wäldern vergraben wurden. Und diese vor allem in den Mülldeponien. Und die wurden halt schlichtweg nicht abgedichtet, weil kein Mensch dran gedacht hat. Das war nicht auf der Agenda. Das wurde von niemand bösartig gemacht. Aber es war einfach nicht im Bewusstsein. Und das Ganze ist jetzt im Boden drin. Ja, diese Rüstungsaltlasten sind ein Riesenproblem. In Deutschland 220 Verdachtsflächen. Bund und Länder streiten sich über die Zuständigkeit. Das Thema wird tabuisiert. Das ist so. Und wenn man halt einmal schaut, wo ich da geschrieben habe, was, wenn man im Schnitt 120 Liter braucht, zum Beispiel München braucht täglich 180 Millionen Frischwasser. Und natürlich jeder Ort, also zum Beispiel Berlin rühmt sich, weil sie haben ganz tolles Oberflachenwasser. München rühmt sich, weil es kriegt es von ganz weit her. Es geht durch diese alten Leitungen durch, die wir da sehen. Hier zum Beispiel da oben sind diese alten Leitungen über Stagnationswasser gezeichnet. Also ein Sammelsurium und auch wir haben das Thema Glyphosat natürlich. Bundesbahn, da sieht man ja die Bahngleise, da wächst nichts mehr. Genauso wie in vielen Maisfeldern. Wir haben amtlich zugelassen momentan 872 Pflanzenschutzmittel. Ja, was auch noch interessant ist im Zusammenhang jetzt zum Beispiel mit dem Ausfahren von diesen Klärschlamm ist natürlich, dass man die Universität Bayreuth in einer Tonne Biokompost 440 Teile Mikroplastik gefunden hat. Und deshalb empfehle ich jedem, sein Wasser kritisch zu überprüfen, auch testen zu lassen. Wir testen das kostenlos, ohne sie zu belästigen. Und das bewerten wir vor allem nach Schwermetallen, die sich halt sehr gerne in diesen alten Leitungen befinden. Wir testen sehr viel, wir testen es auf Nitrat und ganz allgemein auf die Leitfähigkeit, dass halt diese ganzen leitenden Stoffe möglichst wenig sind und dann kriegen sie eine Schulnote und eine Bewertung und dann können sie selber sich des Themas annehmen. Sie brauchen keine Angst haben, es passiert einem nichts von uns. Wir testen, sie kriegen das Ergebnis zugeschickt und das ist dann der Einstieg in das Thema sauberstes Wasser. Wie definiert sich es? Wie kann ich selber kostengünstig aus dem Leitungswasser mein Gletscherwasser machen? Das ist die Mission und das macht uns sehr viel Freude und dieses Schaubild sollte nur die Thematik ohne Schuldzuweisung verdeutlichen. In diesem Sinne alles Gute und Servus! Musik 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 Musik